Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Das ist ja richtig durch die Verschiebung. Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Finanzrichterinnen und Finanzrichter beim Finanzgericht Kassel. Es liegt vor dem Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD und der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucks. 19-6852. Wer diesem Vorschlag folgen kann, bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Bei Enthattung der Fraktion DIE LINKE und Zustimmung des Restes des Hauses ist das somit beschlossen worden.